So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker, der vielleicht erstmal letzte Part wieder, was Mario Maker angeht, wobei ich dann mal gucken muss, was wir jetzt an anderen Leveln vielleicht neu noch haben. Und ja, ich hab die Level von Dings noch nicht gespielt, die Boost Bow Level. Die müsste ich eigentlich auch noch machen, das ist völlig richtig, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, entweder was, ich glaub es war das hier, oder was, ich weiß, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, I'm sorry. Einer von euch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die bisher geskippt habe, die Boost Bow Level, that is korrekt, that is korrekt, hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust drauf. So, ähm, ähm, äh, ach so, äh, jetzt bin ich nicht mehr groß. Ah! Gut, dass ich gewartet habe. Yay, Schneekugeln. Okay, da ist nur Bonus. Da ist auch nur Bonus. Na, das reicht ja hier in dem Fall, wenn wir ihn sehen, müssen wir ihn jetzt nicht unbedingt holen. Es geht nach... Da gar nicht weiter, ich muss da hoch, okay. Ja gut, wir erklimmen den Berg natürlich. Das heißt, wir gehen nach links und nach rechts und es sind lauter kleine Häuschen. Ah, da kommt Feuer raus, was mach ich denn für den Quatsch? Ja, 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 hi. Ist gerade ein bisschen warm am Rücken geworden. Ah, je, okay. Das würde man aber nur mit einer Feuerblume aufkriegen. Habe ich bisher irgendwas verpasst? Oh. Zum Glück ist hier vorne ein Pilz. Und zum Glück bin ich halt komplett dumm. Ei. So, okay. Rutschi. Rutschi. Vielleicht gibt es irgendwo eine Blume und dann kann man... Könnte man zurück und da die Blöcke wegmachen? Ich weiß es nicht. Ja, da ist meine Blume. Wollte aber nicht nochmal zurückrennen, ich meine. Oh. Aber zur Blume muss ich zurück. Jetzt brauche ich sie tatsächlich. Oh mein Gott. Zum Glück ist es kein Block, sondern eine Röhre. Weil so ein doofer Conan versaut es einfach jedes Mal. So, oh nein. Hilfe. Nicht, wenn es auch noch rutschig ist. Zum Glück ist es die langsame. Nicht die Bla... Es geht wieder runter. Oh, Blocksnakes. Mag euch nicht. Nein. Weil ich bin... Ich werde immer so ungeduldig bei Blocksnakes. Dann mache ich sowas da. Nein. Mama. Gib mir das. Wait, jetzt muss die wiederkommen. Oh. Kommt die überhaupt wieder? Oder muss ich dafür... Ich muss dafür den Raum verlassen. Bist du denn nicht im Multiplayer? Ja, das war smart. Jüpp. Jüpp. Das war schon sehr smart von mir auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob ich die Blume noch brauche. Wir gehen mal lieber wieder zurück und holen die nochmal. Und versuchen uns diesmal einfach nicht treffen zu lassen. Und hier ein bisschen mehr Geduld mitzubringen. Aber es ist... Ah, es ist schwierig Geduld zu haben. Ich habe keine Geduld. Vor allem nicht bei Blocksnakes. Ah, das ist auch noch rutschig. Ah. Ja, und das ist jetzt halt schon... Moment, da komme ich noch hoch. Da komme ich... Nein, 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 nein. Ah, die ist wieder weg. Käse. Käse. Zack, zurück. So. So. es ist ja eigentlich nicht schwierig ich muss ja einfach ja gut dann lasse ich mich treffen ist egal hauptsache ich komme da hoch jetzt ich hoffe ich brauche die blumen nicht noch mal ah lass mich da jetzt einfach nein die fährt so komisch ich dachte ich schaffe das ach so jetzt ich ziehe da schon wieder viel zu lange in die länge als es müsste so neuer anlauf jetzt bitte ohne fail verdammte blocks nix ich hasse die dinge und dann ist es auch noch wutschig hat ja auch noch so eine komische strecke für das bisschen da hochgehen so ich warte jetzt einfach komplett ab jetzt fährt die nämlich darum und jetzt kann ich hoch meine herren war das eine schwere geburt jetzt bloß nicht sterben ok offensichtlich braucht man die blume nicht mehr sonst gäbe es hier noch meine blumen oh mein gott ich glaube das ist nur für den bonus ich gehe lieber hier hoch da drüben ist sicherlich ein bonus sicherlich ein cooler bonus aber den traue ich mich gerade nicht okay jetzt traue ich mich doch das ist eine zähne münze gewesen okay so und es geht wieder runterwärts sehr schön schönes level bis auf die block snake schönes level ach aber block snakes ich mich echt selten dämlich angestellt jetzt so simple cave ist die wirklich so simpel wie sie scheint wir werden sehen wir werden sehen wir werden sehen meine 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 companion shell ist das jetzt wieder oh da wäre was drin gewesen ups vermutlich im leben so jetzt gucken wir mal ob da ein leben drin gewesen wäre nein wir erfahren es wieder nicht weil ich leider wieder genauso inkompetent bin so hätte man die also in dem part hier zeige ich gerade auf jeden fall wieder meine riesige kompetenz ich hab's drauf so ich kann keine stampfattacke ausführen doch kann ich jetzt kann ich nämlich ha sehen was da drin ist man so wo kommt okay man kann theoretisch sehen wenn man das entsprechend vernünftig nach oben oh da ist gar weg da gehen wir erstmal den weg äh wo muss ein schlüssel sein hoch ich hab ich hab den stück okay das war eine abkürzung zum checkpoint was wir alles verpasst haben nee wir haben eigentlich nicht viel verpasst aber wir haben die röhre hier verpasst das wäre da gewesen okay so simpel ist die cave gar nicht gut die ist sogar ziemlich special okay den krieg ich auf über das ist ein bisschen riskant an die da geht er geht so gar nicht auf ich dachte geht so auf brauche ich einen hammer dafür ne er hat keinen hammer bruder sondern den richtigen hammer da ist er okay machen wir erstmal hier auf dass das hier auch offen ist gleich aber wo geht's denn jetzt weiter ich kann hier durch ich muss noch einen off switch drücken oder ich Damage booste wir probieren mal den Damage boost und gucken ob ich damit weiterkomme oder ob es jetzt irgendeinen Bau gibt der verhindert dass es sinnvoll ist oder so aber jetzt muss ich die münzen so weg machen achso ich wollte sagen dass da eine treppe übrig bleibt hat davon selber gebaut und cool ok schön weiter unten war noch mal eine 10er münze habe ich gesehen ok ja das war schon eine schöne cave so simpel war die wie gesagt gar nicht hat er schon schön gebaut so bowser juniors sky castle oha das ist ein langes level wir gucken mal kurz was noch so kommt das auch recht lang und dann haben wir das hier noch okay die sind alle recht lang ja gut dann let's go das heißt wir dürfen am ende gegen bowser juniors kämpfen im smb3 stil da ist eine schlüsseltür hat irgendeiner von euch einen schlüssel nein dann kriege ich die wohl erst die schlüssel hat der da oben vielleicht den schlüssel muss er nicht aber ich muss jetzt alle kill weil irgendeine könnte theoretischen schlüssel haben falls der optional ist ansonsten kann es natürlich sein dass er verpflichtend ist dann kommt hier der schlüssel auf jeden fall am schluss deswegen heißt der schlüssel okay da ist eine resetttür wahrscheinlich achso wenn man die plattformen versaut so eine resetttür wäre sehr sinnvoll gewesen bei der block snake ich meine klar ich konnte immer zu der röhre runter aber ja das gefällt mir gar nicht mach dich mal weg da so hier wohne ich jetzt ah jetzt falle ich da drüben runter und dann ist da nee aber ich kann jetzt hier rein da kann ich jetzt rein okay mit einem checkpoint so jetzt könnte ich da hoch mit dem koopa ah und hier ist mein schlüssel nice ich muss also mit dem koopa da hoch aber die reihenfolge ist erst schlüssel dann koopa so ok und jetzt komme ich hier am anfang wieder raus und kann durch die schlüsseltür gehen ok und jetzt habe ich ganz viele blöcke die ich untersucht nein das wäre wahrscheinlich noch mal eine 10er münze gewesen wir werden es leider nicht erfahren ok ok zack gib mir das ok ist mein Leben oh boy der wird jetzt ungemütlich da renne ich mal da renne ich lieber schnell durch dass wir das hinter uns ah nice dass wir das hinter uns haben wollte ich noch gerade sagen oh da ist mein Bosskampf in der Luft oh das ist auch mal cool das kenne ich so noch gar nicht eigentlich das hat sich noch keiner wirklich getraut in der Luft stattfinden zu lassen zumindest habe ich noch keinen gesehen der das gemacht hat na da ist ja wirklich kein Boden also da muss man schon ordentlich aufpassen und da drüben ist direkt das Ziel kommt noch ein Gegner mir entgegen oder kann ich einfach ich kann einfach rein ok cool schön 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 so lange war das gar nicht wenn man den Weltrekord betrachtet hat heute war ich jetzt gar nicht mal so knapp dran könnte man es sogar schaffen 30 Sekunden schneller ja glaubt er ist machbar ok we are oh Gott Entschuldigung Gottes Willen we are of fish classic underworld zu spät ihr habt es gelesen ich habe es verpasst irgendwas classic underwater level world keine ahnung der schwimmt einfach in der luft kommt der denn her kommt der denn her so zapp da wachsen einfach Bäume unter Wasser wer kennt es nicht das Klettern an Bäumen unter Wasser Gibt es hier ein Power-Up oder ist es ein Pilz äh Leben meine ich es ist Leben ich habe noch nie hier Bäume unter Wasser gesehen ich kann mich zumindest nicht daran erinnern sagen wir es so sieht aber auch interessant aus ich dachte ich kriege den weg ha was warum dass ich mich schnell bewegen kann oder was Nein, hierfür ist der okay, aber wir lassen, wie ich behalte die Schell, dass ich mich schneller bewegen kann. Fortbewegen, meine ich. Das ist nämlich dann ganz cool vom Schwimmen her. Hilfe. Und im Zweifelsfall, Entschuldigung, habe ich was, womit ich mich verteidigen kann, wollte ich sagen. Ah, ein Checkpoint. So, holen wir uns erst den Pils und dann holen wir uns die Schell zurück. So. Guck mal, ja. Ich werde mich jetzt hier in dem Level nicht so exakt umgucken. Es ist ein Unterwasserleibchen, ich bin da jetzt nicht so... Ne? Hier kann man irgendwie rein. Vielleicht sind nur Mün... Cool, aber nichts, was ich jetzt unbedingt genau untersuchen müsste in dem Unterwasserlevel. Und das war's. Sehr schön. Oh, der... Wenn man jetzt klein wäre, könnte der Fisch auch mal übel sein. Der ist zwar eher gedacht, dass man da das Leben rankommt. Aber der kann auch ganz schön übel ausgehen, der Fisch. Okay, cool. Dann haben wir jetzt noch ein Level. Okay. Der... Scary Friedhof. Why does it always have to be night when you cross a summit? Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte doch einfach mal ein Level bauen, wo der Friedhof am Tag ist. Das ist doch mal, wer doch mal was. Ja, warum ist es eigentlich immer nachts? Es ist... Der Mann stellt die richtigen Fragen. Der Mann stellt... Ah, bleib hier. Stellt einfach die richtigen Fragen. Na, dann denkt mal jemand nach. Das gibt es nicht so oft. Und die Power-Ups hauen ab, weil's Nacht... Weil's Nacht ist. Auf die Art und Weise kann man recht coole Troll-Geschichten bauen. Oh Gott, den hab ich gar nicht wahrgenommen. Hilfe. Okay, den muss ich umdrehen. Hey, der ist von selbst umgedreht. Wie hab ich da... Wie hat der... Okay. Ich dachte, der rollt einfach weiter. Aber er ist tatsächlich umgedreht. Habe ich nix dagegen. Das sollte er ja tuu-en. Bleib... So, jetzt sind wir genug gestorben in dem Level. Jetzt, äh, ordentlich hier. Vor allem, das sind wieder nur so Konzentrationstote, ne? Ja, ist einfach nur, weil ich mich nicht konzentriere richtig. Ah! So, komm her. Nice. Ach, ich hätte einfach hingekonnt. Ich hätte das gar nicht machen müssen. Ach so. Bleib hier. Iiiiih! Oh, ich dachte, ich kann darüber. Oh, das hab ich nicht bedacht. Aber dann weiß ich jetzt, ich musste mit der Stachelkugel da gar nicht rumwurschteln. Dann passt die Geschichte doch auch schon. Und wir können ganz gechillt hier den Pilz holen. Und alles verhält sich anders. Kugeln kommen zu mir und gehen nicht von mir weg. Kugeln kommen zu mir und gehen nicht von mir weg. Ich spiel schlecht. Alles ist anders als normal. Oh, oh, okay. Peace, witch. Und auch der Ring dreht sich nur, wenn ich hingucke. Nicht. Und die... Die sind weiterhin doof. Ach, komm schon. Aber es ist ein passendes Finallevel. Für den Abschnitt. Mit Markus. Entschuldigung für das Gannen. Ich hab schon gesagt vorher. Hat mit den Leveln nix zu tun. So, jetzt gehen wir einfach gleich oben rum. Jetzt kann auch nix mehr schief gehen. Außer alles. Checkpoint. Yes. Yes. Oh, Witz ist alles neu. Das ist Blocksnakes, ne? Ähm. Adi fährt auch durch. Okay. Das geht wieder ein Leben. Ja, ich falle nicht wieder runter, weil ich ungeduldig bin. Mach mal mal nicht jetzt. Ach, jetzt muss ich hier mit der Snake auch noch durchfahren. Okay, das ist ja nicht das Problem. Und hoch. Ähm. Ah, Wandsprung. Ich dachte schon, ja, irgendwas passt nicht. Oh, okay. Ah, da geht's kommt einfach nur was raus. Ich dachte, ich muss da rein, aber da kommt einfach was raus. Gut. Nein, ich brauch die noch. Ah, ich hätte, okay, das könnte ich schaffen. Das hätte ich, könnte, würde man schaffen. Aber ich hab nicht damit gerechnet. Ich wollte natürlich schon vernünftig weiterspielen. Ich dachte, ich brauch die nicht mehr. Wozu ist denn das überhaupt da? Das ist ja einfach rumrollen. Wahrscheinlich ja. So, also die brauch ich noch. Die kommt jetzt hier hoch. Und dann, wie gesagt, brauch ich die noch. Oh, boi. Warum mach ich denn so einen Quatsch? Ja, man merkt, ich bin müde. Man merkt es wirklich. Ei. Aber das schaffen wir jetzt noch hier. Ohne große Probleme schaffe ich das jetzt hier noch. So, jetzt. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte mich von Damage boosten können, wenn ich es gewusst hätte. Ah, das wäre das Level gewesen. Okay. Das ist selten dämlich angestellt. Aber schönes Level, ne? Nicht falsch verstehen, weil ich doof spiele, ist nicht das Level doof. Level ist cool. So, dann gucken wir noch ganz kurz, ob wir viel zu tun hätten. Hier drüben. Und ansonsten werde ich jetzt wirklich erstmal wieder zur SMB zurückkommen. So. Ist das wieder was Eigengekomponiertes? Ja. Wieder eine eigene Komposition. Frank hat wieder was gebaut. Frank hat noch was gebaut. Frank hat noch was gebaut. Fabio hat was gebaut. Oh. 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 Das, das, das spielen wir gleich kurz. Owen Washer, spielen wir gleich kurz. Und Boost Bro hat ganz viel. Nochmal Frank. Und dann sind wir hier. Okay. Ah, verdammt. Ich glaube, dann machen wir noch eine Runde Mario Make. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich vergesse SMB nicht. Keine Sorge. Aber wir haben hier einiges zu tun. Ähm. Ich möchte allerdings jetzt Owen Washer, möchte ich noch spielen. Da bin ich sonst jetzt zu neugierig. Und das will ich jetzt haben. Das will ich jetzt haben. Auch wenn ich müde bin. Das machen wir nochmal. Das kriegen wir noch hin. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach der Checkpoint. Also ich darf das da unten nicht berühren. Ja, das sag ich ja. What the heck? Oh, das ist... Ich dachte, dass ich dachte, ich kann da. Also ich kann nicht. Okay. Jetzt haben wir mal einen Checkpoint. Aber das ist eine coole Stelle. Das ist witzig. Das ist witzig gemacht. Und ich bin dumm gemacht. Nein. Was tue ich? Was tue ich? Was tue ich? Boop. 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 okay soweit waren wir nur ganz kurz einmal dann habe ich quatsch gemacht soweit waren noch gar nicht ich dachte gerade sterben oh mein gott checkpoint jetzt gibt's ab ich kann ja schießen ich habe ich habe nicht beachtet wo ich drin bin ich kann ja schießen beim sorry9 fehler wir sind richtig geil gebaut und der war ist einfach musiktechnisch so ein geiler bauer jetzt gehe ich durch die schlüsseltüren durch den abstand da gehe ich jetzt einfach durch die schlüsseltür die kommt hier jetzt und das war's nice ich hab grad gedacht ich verreckt weil ich jetzt versehentlich durch die tür bin nicht dass der dicks abkommt aber kann nichts mehr passieren okay cool sehr sehr schön sehr sehr schön haben wir das noch kurz am schluss gemacht und jetzt schluss mit der aufnahme und ab ins bett ich hoffe man konnte sich trotzdem ein bisschen angucken mein rumgespiele mein zusammengespiele und markus ich hoffe du bist zufrieden mit allen level die ich gespielt habe soweit wenn du mal wieder was neues gebaut hast sehe ich sie automatisch wenn ich mal mein zeug aktualisiere ich mache dich die ganze zeit mario maker jetzt habe ich mal wieder ein bisschen maker gemacht ich mache auch noch ein bisschen weiter maker weil wir hier einiges zu tun haben aber ja kann mal immer passieren dass wenn ich gerade smb spielen erst mal den heck zu ende machen je nachdem wie groß der heck ist dauert das dann erst mal aber wir machen noch eine aufnahme session sm quatsch maker auf jeden fall bevor wir zum nächsten hack kommen und ja ich hoffe das ist okay danke fürs zuschauen und tschüss